So, und weiter geht's. Wir laufen... Ja genau, wir sind jetzt im Schloss drin. Quasi unsere Mission, die wir hier bekommen haben von unserem Dekobäumchen, der leider jetzt von uns gegangen ist. Rip, Bro, rip. Ja. Jetzt müssen wir ziemlich stumpf eigentlich hier vorbeikommen. Es ist eigentlich ziemlich easy. Man darf halt nur nicht von den Leuten, von den Soldaten hier gesehen werden. So, ähm... Man kann aber ziemlich krass hinter den Heer laufen. Also das merken die nicht mal. Und ich jetzt sag mal doof gesagt, äh... Ne, warte mal. Der kommt mir gleich hingegen, glaube ich. Der hintere ist nämlich etwas schneller, wie man sehen kann. Und der vordere ist etwas langsamer. Ähm... Das ist so ein typisches Spiel. Also ich hab das Gefühl, das gibt es auch schon. Oder Minispiel, sag ich mal. Ähm... Ich hab das Gefühl, das gab es auch schon in ganz vielen anderen Teilen. Ähm... Bye, bye. Fallen in Phantasy 8 zum Beispiel. Da hatten wir das auch. Ähm... Also, falls ihr das Let's Play gesehen habt, weil nicht... Ähm... Erzähl ich nochmal ganz kurz. Ähm... Die waren wichtig. Ähm... Falls ihr das Let's Play nicht gesehen habt, da gab es zwei Züge. Und... In den Daik gibt es einen Zug. Da musste man auf diesem Zug draufstehen. Und, ähm... Dann haben wir immer zwei Soldaten aus dem... Durch die Fenster durchgeguckt. So. Und die konnten aber nur an einer bestimmten Stelle durchgucken. Das heißt, am Anfang des Zuges ähm... Der eine Soldat war langsam, der andere war schneller. So, und dementsprechend muss man immer aufpassen. Ähm... Und wieder hoch... Äh... Beziehungsweise sich wieder verstecken, so dass der Soldat eigentlich gesehen hat. Ähm... Das ist ja das gleiche Prinzip, sag ich mal. Ein... Einer von den beiden ist langsam, der andere schnell. So, und hier... Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob die jetzt nochmal zurücklaufen. Nö. Also, wie gesagt, eigentlich ist es einfach. Man wartet nur... Guckt, wo die lang gehen. Und, äh... Das war's doch schon. Und... Hier ist es jetzt auch nur noch, wie gesagt, einer... Äh, ne, eine Runde. Ähm... Ich hab das Spiel schon so oft gespielt. Ich hab nie gemerkt, wie die Soldaten laufen. Das ist irgendwie sehr seltsam. Ähm... Ähm... Aber das war's auch schon. Das ist jetzt das letzte Rätsel gewesen. Rätsel, in Anführungszeichen. Also, das... Das ist ja kein richtiges Rätsel. Der Rätsel... Das ist das einzige Rätsel. Das ist näher der... 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 Heißbegehrte... Wassertempel... Den... Alle so sehr lieben. Das ist das. Das ist ein Rätsel. Hier, guck mal. Ich hab ein Hühnchen. Naja, magst du nicht? Naja, okay. Hätte sein können, dass du auch Hühnchen magst. Also, ich find Hühnchen cool. Schmeckt gut. Tolle Eier. Tolle Tiere. Wahnsinn. Äh... Nanu, wer bist du denn? Wir haben es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen. Die haben geschlafen. Die haben... Ungeloggen, die haben geschlafen. Ich glaub, die trinken. Ich würd' die mal... Ich würd' die mal durchgucken lassen. Oh, was ist das? Das ist... In der Fee. Oh, dankeschön. So schön bin ich nun auch wieder nicht. Dann kommst du... Kommst aus dem Wald, ey. Du hast mich ja... Nicht auch... Oh, was? Du hast nicht aus der Fähne... Den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, diesen folgenden grünen Stein. Ja, aber natürlich. Und Hühnchen hab ich auch noch. Das glaubst du nicht, ne? Aber ich hab's dir gerade gezeigt, aber du hast ja nicht hingeguckt. Und hast du ihn dabei? Oh, yo. Wie ich mir dachte... Oh, ja! Ich hatte einen Traum. Da hat er überzogen dunkle Wolken und so landt Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl... Helle... Was? Ein... Ein Strahl... Helle nichts, diese Wolken. Er kam aus dem Licht und ganz viel... Ähm... Und ganz... Ganz viel Hyrule. Er strahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der in den glitzernden grünen Steinen den Händen hielt. Ich begleite deine Fee. Das ist meine Fee. Die kriegst du nicht. Ich weiß, es war eine Provenzahl. Du kannst ein Hühnchen haben. Dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen wird. Ich dachte, du wirst es. Doch, das bin ich auch. Oh, tut mir leid. Ich hab mich ein bisschen mitreißen lassen von... meiner Geschichte und mich gar nicht schatzgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessor von Hyrule. Wie lautet dein Name? Trey. Man nennt mich auch Baum oder einfach kreisend Bäumchen. In Russland nennt man mich auch gerne mehr Dimitri. Ich fühle etwas... Trey. Seltsames kommt mir so... betraut vor. Ich hab das Spiel schon öfter gespielt. So sei es, Trey. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, dass eine Generation von meiner Familie gehütet wird. Wow. Das ging schnell. Du wirst das doch nicht weitererzählen, oder? Äh, nö. Nö, kannst du mir gerne zeigen, was du mir zeigen möchtest. Das ist die Legende. Oh, langweilig. Kenne ich schon. Hat mich schon gesehen. Das hat der Dekobau mir schon gezeigt. Oh, langweilig. Nein, das ist in Ordnung. Gucken wir uns das nochmal an. Das Triforzfeil die Kraft der drei Güter nennt. Sie verwagen es an einem Ort in Hyrule. Und das Triforz hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, die er es in Händen hält. Ein fetter Schießburger. Ein rechtschaffenes Herz würde die Hyrule in goldenen Zeiten von Reichtung und Frieden führen. Sieht aber cool aus. Muss man ja immer sagen, ne, das Triforz. Wird ein Wünsche eines Menschen mit niedrigeren Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Oh, mit niedriger Gesinnung. Das ist auch sehr, sehr schön umschrieben. Daher errichteten die Weisen die Sittanelle der Zeit, um es Triforz vor bösen Mächten zu bewahren. Ja, aber auch die guten Mächte können doch dann gar nicht ran. Also irgendwie, weiß ich nicht. Der Sinn fehlt mir dahinter. Ihr Sinn, wo ist Ihr Sinn? Ich bin echt nett. Könnt ihr mir geben, das Triforz? Echt jetzt? Die Sittanelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist besiegelt durch eine steinende Mauer, die man sie in seinem Portal nennt. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine. Boah, ich habe mich verklebt. Das tut mir übelst leid. Wow. Die Okaritane Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut für verstanden? Nö, ja, nö, ja, nö. Wir müssen, wir machen es nochmal. Oh, dann mal leid. Ich konnte noch nie Geschichten erzählen. Ja, das stimmt wohl. Also ein bisschen übersprungen, ne? Die Sittanelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch einen Stein an der Mauer, die man sie die Zeit total nennt. Das ist jetzt bestimmt genau das gleiche, was du eben auch erzählt hast. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um den Zugang zu eröffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relais, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Okaritane Zeit. Hörst du die Geschichte, die ich dir anvertraute? Jetzt verstanden! Joa. Drei Steine und Okaritane. Ich denke, das haben wir. Großartig! Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Raum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Würdest du dir ihn anschauen? Joa. Ich bin schon ziemlich neugierig. Mal gucken, ne? Ah, wow. Blicken wir mal ganz kurz durch hier, durch das Fenster. Und es ist... er hat rote Haare. Bist du der Mann dort? Die mit dem bösen Blick? Das ist Garnondorf. Ein Friedricher Rudus, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule meinen Träumen einhüllen. Sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Ja, können wir jetzt mal bitte mitreden. Das ist echt anstrengend. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Ja. Ich habe keine Angst. Er hat keine Ahnung von unserem Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Puffelzeiung sei. Doch glaube ich... Doch glaube mir, ich spüre die Böse. Diese Aura dieses Mannes... M-m-m... Kann oder Fall ist auf nichts anderes als das Triumfors des Heiligen Reiches abgesehen. Nur, das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule Ninth die gesamte Welt unterwerfen. Hey! Wir sind die einzigen, die gerne aus Plänen durchkreuzen können. Bitte! Äh, Böö! Du lügst mir doch Antwort! Nee, ähm, ich würde sagen, wenn wir drücken. weil... Also, eigentlich ist es egal, was wir drücken, weil es kommt immer darauf an. auf das gleiche hinaus, wir müssen das trotzdem machen. Ich danke dir! Ich habe Angst, groß Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er ist übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Kanonlauf in den Besitz des Triumfors gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Eine kleine süße Nürnchen, oder wie? Denn Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triumfors suchen und mit dessen Kraft Garnandorf bezwingen. Eines noch. Bitte nun, Reines. Nenn diesen Brief von dich. Ich bin sicher, du wirst ihn gebrauchen können. Das ist... Ne, man kann ja das normal lesen. Das ist Zellers Brief. Er trägt Prinzessin Zellers Handschrift. Ne, Unterschrift. Im Gegensatzmenü kannst du ihn auf links unten oder rechts platzieren. Benutze C, um ihn jemandem zu zeigen. Nice. So. Finally. Wir haben jetzt mit ihr komplett gesprochen. Jetzt geht es weiter. Da ist ja schon die Aufpasserin. Die Türsteherin quasi. Ja, moin. Na, ist der Clip schon voll oder was? Ich bin Impa, überlebende der Schieker. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu beschützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prozessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die vorhersehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe hier dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als er noch ein kleines Mädchen war. Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ja, kann man natürlich auch einfach pfeifen, ne? So. Links. Komm, darf ich jetzt auch mal spielen, bitte? Danke. Links, oben, rechts. Links, oben. Ah, guck dir das jetzt mal an. Das ist der gemeine Spitz-Titrich. Nein, vergess es wieder. Sorry, das habe ich nicht gesagt. Selterswiegenlie gespielt. Ja, geil. Jetzt wäre schon wieder unser erstes richtiges Lied. Ja, das ist halt sehr, sehr praktisch und vor allem sehr wichtig, dass wir das können. Du hast Selterswiegenlied erlernt. Nice. Wenn dich die, äh, wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du her, ja. Lass mich dich aus dem Schloss führen. So. Ähm, ja. Das war es quasi. Mehr konnten wir jetzt in diesem Schloss nicht tun. Ähm, ich glaube auch in Zukunft nicht wirklich. Ähm, wir können noch eine kleine Sache machen, aber dafür müssen wir erst einmal den nächsten Tempel schaffen. Total verhöhunglichen. Wir müssen Hyrule vor der Drohne aber Kalypse bewahren. Ich titte deine Augen. Den Osten. Dies ist der Todesberg. Das Reich der Gronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesbergs wirst du kein Grieco finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe. um für Folgen Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Brunnen unterhalten. Das Lied, das ich dir gelernt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen das erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun den Prinzessinnen und ich warten auf dich und die heiligen Steine in dem Schloss. Enttäusch uns nicht. Und weg ist sie. So kann man die Nüsse also auch benutzen, verstehe. Das war's schon. Also wie gesagt, mit dem Schloss jetzt. Jetzt sind wir auf der hyliatischen Steppe. Wir können jetzt quasi, finde ich jedenfalls, was, ist das so, war das so das Intro. Ja? Das, das Intro, ähm, jetzt steht uns eine Menge Sachen offen, die wir machen könnten. Ähm, ich bin der Meinung, also wir könnten, wir könnten uns auf jeden Fall jetzt das Mal umgucken. Wir müssen da die Treppe hoch und dann können wir, kommen wir da hinten zum Todesberg. Den kann man jetzt nicht mehr sehen. Leider. Ähm, ja, das ist quasi, dort ist der zweite Dungeon und, ähm, dort finden wir dann natürlich auch das zweite Heiligtum. Ähm, aber wie gesagt, da möchte ich noch gar nicht hin. Das ist noch, äh, ich sag mal, weit von dem entfernt, was ich machen möchte eigentlich. Wir können, äh, ich weiß gar nicht, was wir alles machen können. Wir können, wir können wirklich viel machen. Ähm, bevor, ja, natürlich geht die Sonne jetzt nicht unter. Verdammt. Ja gut, wir gehen dann, wir gehen, ha, 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 geil, schön im Kreis gelaufen hier. Ähm, gut, die Sonne geht nämlich jetzt unter, ähm, das Problem ist, beziehungsweise, es wurde uns ja schon gesagt, wir können, ähm, ne, ich habe das ja auch noch gesagt, wenn wir, ähm, wenn wir nachts unterwegs sind, dann, ähm, so, wenn wir nachts unterwegs sind, äh, ne, ne, andersherum, in den Städten, äh, vergeht die Zeit halt nicht. Man hört das jetzt schon, die, das ist ja jetzt wieder die, die Brücke, die hoch geht. Jetzt ist es nachts, und, äh, jetzt kommen auch Gegner übrigens, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Skelette! Boah! Peng, 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 peng. Ähm, ja. Hier kommen wir nicht, jetzt kommen es auch unendlich viele, immer so. Ähm, kann ich jetzt so lange besiegen, wie man möchte, äh, die bringen ein paar Items, aber ich finde, das ist nicht so richtig worth it, da sollte man sich lieber Büsche suchen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, wie gesagt, in den Städten geht die, die Zeit der leider nicht um, deswegen wollte ich eigentlich tagsüber hier hin. Ähm, habe ich natürlich jetzt wieder nicht geschafft, weil ich bin einfach ein sehr, sehr genialer Mensch, der alles bis aufs letzte Detail durchplant und es funktioniert einfach nie. Dementsprechend, äh, ja, jetzt sitzt hier zum Beispiel der kleine, traurige Mann. Da kann ich auch was mit dem reden. Äh, Mädchen sind widerlich, meine Eltern sind widerlich, du bist bestimmt auch widerlich. Jo, dankeschön, bist ja echt sympathisch. Ähm, das macht man so, habe ich gehört. Also, wenn man, wenn man das erste Mal jemanden trifft und so weiter, na, uh, macht man das auf jeden Fall so. Ähm, also so mit einer Person reden. Wie man hier hören kann, äh, wird es leider nichts, was wir machen können. Also, ich sag mal so, so blöd es klingt, oh, guckt euch das an. Oh, verdammt. Ähm, was ist passiert? Ah, Moment. Hey, verzeihung. Es war jetzt leicht unprofessionell. Ähm, du hast eine goldene Skutula, also stört. Du erhältst dafür ein Skutula-Symbol. Äh, mein Counter funktioniert gerade nicht, wie ich sehen kann. Ich muss den Counter gleich im nächsten Part, denn eins stellen vorher. Es tut mir leid, Leute. So. Und das zum einen. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen weiteren Skutula bekommen. Das heißt, wir haben jetzt vier Stück. Äh, ganz nett. Aber wie gesagt, ich glaube, erst ab zehn bringt es das, bringt uns das was. Ähm, na, links ist noch einer und oben drauf ist, glaube ich, auch noch einer. Ähm, es gibt, das ist, das ist eigentlich das Anstrengende. Zu verschiedenen Zeiten gibt es auch, ähm, an verschiedenen Plätzen Skutulas. Das bedeutet so viel, wie, ähm, wenn wir jetzt tagsüber hier wären, wenn ich zum Beispiel nicht da. Das ist ziemlich, äh, blöd, würde ich mal behaupten. Aber, kann man nicht ändern. Das heißt, man muss theoretisch zu allen Tageszeiten, zu allen Tageszeiten, muss man, äh, überall nochmal nachgucken. Also, allen Tageszeiten, meine ich wirklich, äh, ich bin der Meinung, dass sie nicht nur tagsüber, äh, also tagsüber, äh, irgendwo sind und nachts, sondern auch, ähm, nachmittags. Also, wenn die Sonne quasi untergeht, dann kann das auch der Fall sein. Ähm, ja, sehr, 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 super genial ist es natürlich. Ich gehe mal ganz kurz zum Friedhof. Fuck. Ähm, weil, ich wollte mal kurz gucken, ob wir da auch noch Skutulas finden. Ähm, wäre cool. Also, wir haben jetzt, äh, fünf. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich weiß nicht, ob wir mit fünf schon etwas bekommen. Ich glaube nicht. Wie gesagt, erst, ich bin der Meinung, erst ab, ab zehn. Ähm, aber, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, mein, ja. So, äh, ich mache die übrigens kaputt, weil ab und zu ist, äh, hier auch mal so Fünfer drin. Das ist ganz praktisch, wenn wir immer mal Kohle haben, weil, äh, ja, für, für alle möglichen Sachen braucht man, äh, ein bisschen Geld. Nicht viel, aber, aber eben ein bisschen. Ähm, ich war der Meinung. Ne, da noch nicht. Ich bin nämlich der Meinung, dass sie jetzt hier auch irgendwann Herzteil, äh, Quatsch, ja, nein, ein Skutula gab. Ne, doch, 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 da oben. Aha, wusste ich doch. Da kommen wir aber noch nicht ran. Gut. Deswegen also. Ähm, wie man merkt, ähm, man muss schon relativ nah dran sein in den Skutulas, damit man die, äh, auch hören kann. Ich finde, dass man das Skutulas ist hier relativ schlecht, ähm, gehandhabt. Ähm, ich finde, dass es besser, ähm, in Majora's Mask, also, ähm, oder Majora's Mask, ähm, der zweite Teil quasi für die N460, ähm, da gibt es nämlich Häuser. Ich glaube, zwei. Zwei Häuser gibt es dort. Und, äh, in jedem Haus kann man, ähm, reißiges Skutulas finden. Also, das ist wirklich nur so ein, so ein Suchspiel quasi. Viel, viel angenehmer, meiner Meinung nach. Macht auch sehr viel mehr Spaß. Ich gehe jetzt nochmal raus, denn ich möchte, äh, tagsüber da gerne nochmal hingehen, äh, oder in Kakerido sein. Dementsprechend, ich gehe jetzt kurz raus und warten, immer ganz kurz, bis es sein wird. Und, ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR